Ja, herzlich willkommen auf der Facebook-Seite der Gruppe der Frauen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Mein Name ist Yvonne Mackwas und ich bin die Vorsitzende. Die Gruppe der Frauen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind alle weiblichen Abgeordneten unserer Fraktion. Ja, und so unterschiedlich die Frauen sind, so unterschiedlich sind auch die Themen. Es geht weit über frauenpolitische Themen hinaus. Wir sehen Frauenpolitik als eine Querschnittsaufgabe an. Hier auf der Facebook-Seite möchten wir Sie informieren. Wir möchten mit Ihnen in Austausch treten. Wir freuen uns über die Likes, wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier auf unserer Facebook-Seite.